Musik Das geht natürlich weiter hier auf der Cologne Triathlon Night und neben mir sind die Veranstalter, die das hier ins Leben gerufen haben. Und die möchte ich natürlich erst mal ganz kurz vorstellen. Neben mir steht wer? Stefan Fischer vom ASV Köln und der Uli Diepenburg von Trikologen in Köln. Alle Vereine angesprochen, alle Vereine sind herzlich eingeladen und das ist jetzt einfach die Saisonabschlussparty der Triathleten. Es gibt in Europa keinen Triathlon mehr in diesem Jahr und da kann man es auch mal krachen lassen. Wir hatten eigentlich ein super Jahr. Angefangen haben wir in Düsseldorf unsere Saison mit dem Triathlon. Der Triathlon-Messeabschluss war quasi hier in Köln beim Carglass Cologne Triathlon Weekend und wir freuen uns jetzt alle Triathleten nochmal hier zur Cologne Triathlon Night begrüßen zu dürfen, um gemeinsam nochmal den Saisonabschluss auch zu feiern. Gucken wir mal. Und die Nummer lautet 3, 1, 2. 1, 2, 1! Hi!